Der hat mir 2 gegeben, ich hab kein erinnern Ich streck den Häuptling nie hier Scheiße, was soll ich machen? Eine ist im Zelt Warte mal Ich streck den Häuptling nie Alter, wie viele Pfeile schluckt der denn? Alter, wie stark ist der Typ denn? Warte mal, ich hau den auch Ich hab ihn getötet Warte, er lebt noch, er lebt noch Der hier? Wo ist denn der eine? Der Host antwortet wieder nicht Gib mir da den Keulen Bei mir antwortet der Host grad wieder nicht Jaja, ich Brennt das Feuer noch? Das Feuer? Welches? Shit Ich sehe kein Feuer Warte, die sind erstmal weg irgendwie Ja, die sind hier oben, ich hör die nur Aber Fuck Fuck Okay, jetzt gehts wieder bei mir Wo ist denn der Häuptling hin? Ist das der Häuptling hier? Der ist gestorben, hier Hä? Der war hier grad Ach warte, der müsste hier oben glaub ich sein Den hast du auf der Dings Den trägst du grad Ne, das ist wer anderes Hier ist der Häuptling Das ist unser Feuer, mach mal das Feuer hier an bitte Mach mal ein bisschen Oh Wir müssen Häuptling schnell verbringen Hier ist eine drin Wie die Schreie Boah, die Schreie hören sich krass an Bleibt da drin Die Schreie hören sich krass an Boah Ihre Zähne hier eins am Ende Oh, da kommt er Hä? Er rennt durchs Feuer Was, er brennt nicht? Jo Geh doch ins Feuer du Drecksten Pissdemon, alter Das tut denen gar nichts Das ist kacke Schön rein in die Scheide Sein hartnäckig der Kopf Lass mal köpfen, alter Er ist zwar zerstückelt Komplett gestört Richtig ausrasten, ey Muss man noch essen, irgendwie Was willst du tun? Was willst du tun? Was willst du tun? Was willst du tun? Sürzt doch, Mann Sürzt doch, Mann Oh Er lebt noch Jetzt nicht mehr Ich muss da noch mal was zu essen draufhauen Einen Arm Habe ich Dann packe ich mal einen Arm drauf Einen Essig gleich Und zwei Füße Habe ich auch mal drauf Fleisch habe ich auch noch Ich packe einfach mal alles drauf jetzt Ja, und das ist dann auch schon wieder hell Ah, ich packe hier mal einen Arm drauf Und hier ist auch noch ein Tor so Korn drauf Erste Nacht und hier ist schon voll die Leute verbrannt Oh, man kann irgendwas essen Feder Ey, ich habe deine vergammelte Scheiße gegessen Schmeckt sie nicht Schmeckt sie nicht Oh, ich auch Scheiße, ich bin gleich tot Wir müssen unbedingt Medizin finden Dahinten sind zwei Nehmen die Oh Ich war im Inventar Ey Der hat auf das Feuer drauf gehauen Ey, was Alter, der ist so hart, Mann Der gibt dir aber auch sofort zwei Der Bastard, Alter Tod Komm Runter Oh, nein Oh, nein Ah Lebst du noch? Ey, was soll das? Ja, ich lebe noch Krass Oh oh Scheiße, ich bin gleich tot Nein Warum? Also Ich komme zu dir Weil ich bin, ich habe Dieser Totenkopf, der läuft ja ab Mann, was ist denn das für eine Scheiße Ich will den da runter schubsen und kopiere da Ja Ähm, hallo? Wo bist du? Ah, da Bin ich jetzt bestimmt wieder im Back Ich habe unbedingt was zu essen, ey Ich habe unbedingt was zu essen, ey Unbedingt was zu essen, ey Wie baut man nochmal Knochenrüstung? Einfach immer Knochen zusammenpacken Das geht nicht Das geht nicht Ich habe das gemacht Aber es hat nicht Ich glaube, Tücher Ja Achso Okay Äh, und was noch? Das Panzerband ist auch neu Hä Hä, was braucht man denn dafür noch? Warte mal, ich guck mal Seil? Nö Egal Ich verreck hier voll Komm, wir müssen irgendwie weiter Warte mal Ja Ich nehme, ich muss Ach, scheiße Ich habe nur noch 5% Energie Ich auch Mal gucken, wann wir krepieren Ach Bestimmt gleich Hm, hier ist das Loch Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste hinzugefügt Guck ich doch mal Wie krass wäre eine Dschungel-Map Das wäre richtig geil Aber ich war mega verblüfft Als dann Jetzt hätte ich nie gedacht, dass da dann sowas abgespacedes ist, wenn wir da Ne, Alter, ich auch nicht Das war richtig krass Vor allem dieses Kind, was Dieses Baby, was so'n widerlichen Monster wird Was ist ne Hoppelhase? Stirb! Stirb! Können die immer noch durch diese Steine hier durch? Sah nicht so aus auf jeden Fall Wir müssen das Hauptlager von dem finden Da ist nämlich Medizin Oder in der Hülle Oder in der Hülle Hier haben wir auch mal gebaut Echt? Hier? Ich glaube Ach ne Hab ich verwechselt Da ist das Cockpit Da ist das Cockpit Echt? Hm? Warte mal, hier ist ein großer Baum Hier ist ein Koffer Da ist doch was drin Hm Hm Wackereien Hm Hast du das Cockpit gesehen? Ja, das ist da vorne Geil Hm, den Stein kennt man ja auch nicht, oder? Stein? Der hier Warte mal Oh Dafür hat's bestimmt extra ein Update gegeben Nein, ist auch so eine Man kann Infektionen kriegen, ne? Oh, hier ist ein Warte, ganz kurz Geh nicht weiter Oh Gott, Alter Oh Gott, Alter Mein Lorch Oh, da ist sogar noch Tote drin Achso, ist aber normal Echt? Echt? Wir sind ein TV-Star Krass, ey Das wusste ich gar nicht Ein Survival-TV-Star Ein Survival-TV-Star Oh, da ist ja Oh, da ist ja Oh, da ist ja Oh, was? Ja, warte, ich mach ihn drauf Ne, warte Hier Ich fang mal gleich Eilig 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 So, mein Arm Geil Eilig 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 Ok, gut Wow Gibt Gibt 3% Egal Wir Erstmal schlafen Oder erstmal C Na C und dann Also bei mir wird halt nichts angezeigt, ne So, ich hab Ok, Penn ja vielleicht ist meine energie dann aufgeladen hat gar nichts gebracht und dann aufgeladen hat gar nichts gebracht